Das muss Gott sei Dank nicht ich entscheiden, ob es für ihn der richtige Schritt ist zu diesem Zeitpunkt. Ich habe schon öfters gesagt, mach so nichts falsch mit Timo im Sturm, weil die Torgefahr, glaube ich, braucht jede Mannschaft und für Speed sorgt er natürlich auch. Ich würde es mir wünschen für ihn, klarerweise würde ich es ihm gönnen. Er hat es sich mehr als verdient, wie ich finde, aufgrund der Leistungen, die er zuletzt erbracht hat. Und wenn der Stürmertyp gefragt ist, dann muss man eigentlich auf Timo zurückgreifen.